Ah, life can be so easy, ne? Wir haben alle auch keine große Krone, aber die will nie. Und mal wieder was Neues. Das sieht aber auch schick aus, wenn ich ehrlich bin. Richtig gut verarbeitet. Wow, geiler Blick. Super Blick. Oh, und? Regendusche, das sieht ja alles vom Feinsten aus. Aber man sieht immer noch das Meer, ne? Schatz? Ja, das hat mir ein Meerblick. Die andere ist ausgeprägt. Die andere ist ausgeprägt. Wow. Haha, das ist mein Eingangsbereich. Halleluja Disco. Ja, das ist mein Eingangsbereich. Ja, das ist mein Eingangsbereich. 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 Ja, das ist mein Eingangsbereich. 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 Ja. Ja. Moin. Boah, Kampfklasse Alpha. Alles vom Feinsten. Alles nagelneu. Und Aussicht. Und schöner Pool. Dann gehen wir mal hier weiter. Zack. Hier ist das erste Schlafzimmer. Moin. Alles nagelneu. Hier schönes Badezimmer. Ein kleines für Gäste. Und dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist das Papa Schlafzimmer. Genau. Papi mag das. Zack. Wow. Und dann geht Papi nochmal in sein Badezimmer. Da ist auch Madame schon. Die wird natürlich alles wieder kaufen. Ja. Oh je. Und hier? Badezimmer. Wow. Das ist doch mal eine Kampfklasse. Ne Madame? Aber die Aussicht könnte besser sein. Ja. Willkommen in Pattaya, Thailand. Ja. Ja. Nass. Boah. Wo geht das da immer an hier? Hammer. Das ist mal eine Show. Boah. Da oben ist mein Penthouse. Ja krank ey. Das ist echt kranker Nest. Das ist echt kranker Nest. Oh. Eine Nacht. Eine Nacht ja. Das muss sein. Wow. Das ist echt mal eine Ansage hier. Da bin ich mal gespannt wie das Hotel nachher innen aussieht. Ja. Gehen wir weiter ne? Ja. Deutscher Essen. So. Da haben wir doch mal wieder was. Ja. Diesmal gibt es kein Thai Food. Ja. Diesmal gibt es? Ja. Deutscher Essen. Sonder Stefan. Ich kann nicht mehr mit Thai. Mh. Eine dicke fette Currywurst. Muss auch mal sein einmal ne? Ja. Alles klar. Guten Appetit. Ja. Tschüss. Tschüss.